Hallo und herzlich willkommen in der Folge von Rainbow Six Counter-Strike 4 mit dem Alexander Rohrbach, mit dem Sachsenlitz-Player, mit dem Arroganz-Star-Card-LP und dem McFly-LP und dem Besonderen Jones. Und Eva Longoria erwartet ihr erstes Kind. In welcher Bank sind wir gerade? Ich habe schon wieder gewartet. In welcher Bank sind wir gerade? Das ist schon wieder von der Thyssen. In der Niki Lauda. Aber wusstest du, dass Nico Rosberg der Nachfolger von Niki Lauda wird? Wieso nennen wir die Niki Lauda Bank? Ich darf ja alles erben, sogar nicht zu schwer machen. Wir haben hier ein paar wichtige Infos wieder vorraten. Laut Studie zahlen Frauen für Dienstleistungen mehr. Welche denn? Steht da nicht. Ich habe hier nur Titel. So viele Freudenhäuser für Frauen gibt es nicht. Das ist teurer. Guck mal, eine Fischart in Mexiko. Höllenlärm bei der Paarung. Ja, es gibt Fische, die sind unglaublich laut. Wenn die in Mexika sind. In Mexika. Bestimmt das Asiatische. Kapuze, mach mal wieder Fisch, nicht wahr. Alter, ist das brutal. Guck mal, ist Hype in der Wand drin. Was? Kapuze, das ist drauf. Ich habe es gesehen. Oh, wie er sich windet. Seine Beine sind hinter der Wand. Guck mal, das wird hier so durchgezogen. Wie so ein Portal. Das ist super creepy. Oh, nein. Seine Beine. Haben die die Ultratroller hier? Die sind alle down. Ja, die sind alle down. Warum sind die... Was ist da los? Brutal. Brutal. Was ist da los? What? Eine Granate, jetzt schießt er die Augen auf. Der Mörder. Dankeschön fürs Einschauen. Wir sind die persönlichste Folge, wie jeder Mensch heißt. Play of the Game. Kicke lauter. Nein, ist doch nicht vorbei. Jetzt kommt eine neue, oder? Das war eine gute Runde. Komm, lass drehen. Zu Not schneiden wir es halt an der Atemformel. Das war eine richtig gute, richtig gute Frage. Ich habe auf jeden Fall ein Portal gesehen, ey. Passwort weg. Bitcoin-Investor baut Superrechner. What? Weil sein Passwort weg ist? Vielleicht. Das ist echt ein doofer Titel. Passwort weg? Passwort weg. Ja, er muss sein Superrechner bauen, indem er... Wollte gerade sagen, er kann jetzt versuchen, das Passwort zu hacken. Ich glaube, er versucht jetzt sein eigenes Passwort zu hacken. Die Teamkiller sind alle raus. Hat der das Ding... Vandalen zerstören Fußabdruck von Dinosauriern. Oh nein. Das ist aber schon scheiße. Das ist schon scheiße. Das ist richtig scheiße. Nein, das ist irreparabel. Das ist echt schrecklich. Kapuzenwurm entdeckt UFO mit kaputter Steuerung. Das ist so lächerlich. Ja, das ist echt lächerlich. Ja, richtig, danke. Nein, alles gut. Das war ein guter Spaß. Leute, die noch für was zu begeistern sind. Der war gut. Ufos. Naja, kaputte Ufos sind gleich. Das war... Weißt du, was das war? Das war ein altes Flugzeug von der Lauda Air. Was kam er? So, jetzt hier Rainbow, Leute. Rainbow, halte mal, Alex. Rainbow... Kaputte Ufos. Rainbow... Niki Lauda Air gewesen. Niki Lauda war das Ufo. Das war das letzte Flugzeug der Lauda Air. Das hat einfach Nihimur geschossen. Was machst du da? Team Kills. Nee, da. Das sieht man mehr durch dich, wenn man's kaputt macht. Kennst du nicht die Profi-Tricks? Man kann... Hä? Profi-Tricks? Dann siehst du ja von der Innenseite. Okay, okay. Kapuzen versteht das noch nicht. Natürlich. Warte, was? Nicht. Hass ist überschätzt. Ich hat überschätzt. Die überschätzen dich meistens. Eigentlich denken wir immer, dass du voll gut wirst. Und dann denken wir so, okay. Wow. Ah, okay. Deine Beste Ufos sind schon nicht schlecht. Ich werd's mir merken. Ich werd's mir merken. Okay. Alter, hier regnet's. Nee, das ist ne Sprenkelanlage. Ich regne mich auf dich drauf, Maxi. Ne Sprenkelanlage? Hörst du mal auf? Maxi, schau mal. Okay. Ja, ich seh das. Das ist voll die unheimliche Maske. Das ist sein Gesicht. Achso, ja. Oh. Get down on the ground. Was ist da los? Die wollen alle nicht... Vielleicht labert irgendeiner von denen die ganze Zeit in-game. Und deswegen... Also eine Drohne kommt über die Baustelle. Ich hab jetzt echt grad den Move gesehen, wo Virgil ein bisschen Sinn gemacht hat. Dass du da deine Garage liegst? Ja, ich lag einfach in der Garage auf dem Auto. Kam erst ne Drohne rein. Hat mich natürlich nicht gesehen. Dann kam der Typ rein. Weil ich unsichtbar für Drohnen bitten. Ah ja. Das ist die Fähigkeit. Oh, da kommt einer aus der Baustelle raus. Aus dem Tunnel. Geht jetzt durch Server. Geht jetzt an die Tür. Macht jetzt da ein Loch in die Wand. Genau. Doch, ne. Jetzt ist noch eine in der Baustelle. Nur noch einer im Tunnel. Los, lasch dich! Er kam gerade raus. Er wollte gerade aus dem Tunnel kommen. Jetzt kommt er. Man sieht ihn kurz. Zurück in den Tunnel mit dir. Er hat sich gefreut. Alexander. Du hast nicht so ein spannendes Match gespielt. Ein spannendes oder entspannendes? Das ist mal ein entspannendes Match. Vielleicht spielen es auch mal fünf Leute. Könnte ja helfen. Habt ihr mal gesehen, die Punkte auf dem Fuse-Screen ist ein Mannequin. Was? Ja, gehen wir von dem mittleren nach oben. Dann von dem mittleren links runter. Welche Punkte? Dann von rechts unten. In der Maske unten. Das ist ein Mannequin, was die Arm nach oben streckt. Keine Ahnung, von was er redet. Der Alex sieht schon wieder. Alex weniger Drogen. Ich bin voll kreativ. Und alles leuchtet bunt. Alles leuchtet. Oh, da läuft Rheinhorn. Alexander. Droher. Bach. Oh, die sind hier Großraumbüro mit dem Design. Krass. Alter, das ist eine super tolle Späsche-Folge. Aber du musst noch heute erzählen, Dalo. Du musst was Besonderes erzählen. Was? Ich hab voll viele News gedroppt, Alter. Nimm mir noch eine. So viele Nachrichten. Da haben die Leute keine Aufmerksamkeit. Da haben die Leute keine Aufmerksamkeit. Das sind mehr News als du heute gelesen hast. Jemals gelesen hast. Aber ich drop dir gleich noch ein Kapuze, ja? Ich will, ich bin drin. Also bitte. Er droppt gleich den hier im Beach. Achtung, Seiden. Achtung, Seiden. Achtung, Seiden. Ich werf mein Enterhaken in Alex. Jop, eng fest. Scheiben kaputt machen. Vandalen zerstörenden Niki Laudebank. Sau, ihr Fußabdruck. Ab. Ab. Sehr schön, einer ist ausgeraten. Niki Laudebank gestört. Hyper. 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 Mach den Milistkörper kaputt. Ich krieg jetzt n Kill im Bobos. Kill. Hey Niki. Du kannst durchlaufen Kapuze. Ah, hier explodiert. Willkommens, Marty. Zerstört. Wird angerufen. Wird angerufen. Du hast Rob angerufen? Robo wird angerufen. Shit, den hab ich gesucht. Unten Treppe zum Keller. Ja, 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 ja. Benno. Das war ein anderer. War ein anderer. Demano, was denn? Wo war der denn? Meiner war Treppe und nen Keller. Kapuze? Oben, oben. Beim Geländer. Beim Geländer. Das war der auch. Demano. Demano. F drücken, um auf cool. Respect to spenden. Spenden vor allem. Spenden. Spenden. Press F to respect sein. Checken wir mal die Gegnerkameras. Gehackte Kameras? Sagste, fang mich! Virgil ist... Hier ist Virgil, Leute. Das ist Virgil. Er ist genau unter diesem Punkt hier. Ich kann ihn nicht markieren. Was ist denn das für eine Kamera? Die Gegnerkamera. Wir haben die gehackt. Ah, wir können die Gegnerkamera? Ja. Geh da jetzt rein, sagste, ja? Halt! Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Vor mir hat's hingelegt irgendwo hier. Ich hab gepinkt. Hast du ihn getroffen? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Was ein Killer, ne? Ich ruf nochmal an, ich ruf nochmal an. Hier ist keiner mehr. Ja, steh einfach rauf, ey. Das stell ich mal nicht so an. Rechts in der Küche. Küche. Garden. Ja, das war ne Bonus-Folge, ne? Die heißt Bonus-Folge. Bonus-Folge. Wenn man das anders heißt, dann war... Studier, Konzertbesuche machen das Leben besser. Ja, und mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Und das ist ein Like da. Auch, auch, zum nächsten Kapuzen-Konzert. Tschüss. 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 Nein, Werbung. Ich sag immer Werbung. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020